Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's We Play Mario Party 5 Party Modus German von mir, eurem Ninjashi Tendo. Wir sind hier bei Bosas Traum, den letzten Traum auch zugleich der Party Modus Serie von mir. Und ja, mal schauen, wie wir hier diesen Traum schaffen. Zur Zeit sieht es noch nicht so gut aus von uns. Minibuster und Mario haben schon beide einen Stern, Minibuster sogar zwei und Toad und wir haben noch keinen. Aber das kann sich natürlich wieder schnell ändern, wie wir aber in Mario Party wissen. Ich bin wieder euer Ninjashi Tendo und vielen Dank, dass ihr wieder eingestellt habt. So, er hat die Kapseln verteilt, gute Kamek. Der kleine, kleine Kamek. Aber schauen wir mal, jetzt werden wir rein. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Letzte Aufnahme ist etwas her. So, mal schauen, was haben wir denn hier so? Aha, aha, aha. Wo ist ein Stern? Erstmal ein Stern, guck mal ein Stern. Okay, das heißt Toad wird den bekommen. Und hab ich. Kleppdorf fliegt dich zum Feld um. Das können wir machen, das machen wir mal. Ja, ich nutze die Kapsel für dich selber. Vielleicht. Na gut, das ist jetzt eine Chance zu 1 zu 3, dass ich zu Toad komme. Ist ja bestimmt mit Roulette, ne? Ja, aber klar. Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich trau mich nicht. Verdammt. Da wollte ich nicht hin. Ach, jetzt bin ich wieder. Hat ja nichts gebracht, super. Aha, er war doof. Da kann man irgendwie blöd einschätzen. Auch warum darf ich ja nicht hier hoch? Gehst du nicht schlauer? Hm, nee. Ja, dann gehen wir links rum. Oh, wir müssen eine Kapsel ab. Beim Kapselautomat. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp und Kettenkapsel. Okay. Kettenhund. Kettenhund, Leute. Ein Stern sicher. Schon mal einen ganzen Stern sicher. Wunderbar. So, wenn wir in der nächsten Runde einsetzen. Ach, Toad kann sich den Stern ja auch gar nicht kaufen. Der hat ja nur 19 Münzen. Okay, ich darf jetzt nicht gewinnen, der Toad. Okay, wir nennen Piranha Night Fever. Spielen wir. Okay. Okay, wir müssen gewinnen. Da sollte mal möglich sein. Mini spielen sind wir mal gut. Und, ja. Y. Y ist etwas komisch gewesen. Jupp, Alarm über Y. Dann kriegen natürlich alle einen Stern, das ist doof. Förder. Ey, die sind alle gut. Wenn man hier gleichstand, na, super. Dann ist es besser gleichstand als nichts. Äh. Das da. Boah, alle außer Toad. War so fies. Tja. Vorzunehmen haben wir alle gewonnen. Außer Toad. Ich glaube, wenn ein Toad noch gewonnen hätte, glaube ich, keiner Münzen bekommen. Wäre ja unentschieden gewesen, auf jeden Fall. Okay. Wir hatten ja auch alle Leute auf Stark hier gesteckt. Äh, Stark nicht auf schwer. Oder? Waren alle Leute? Hatte ich alle auf Stark, äh, Schwer, Schwer, Schwer? Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Kann man das nachlesen? Mal gucken. Äh. Nö. Egal. Äh, ja. Zurück zum Spiel. Minibus hat noch eine Miracle-Kapsel. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht benutzt. Obwohl, ich denke mal, ey, die schmeißt die weg. Weil der benutzt gerne eine Miracle-Kapsel. Da kann so viel passieren. Und, das ist nicht so schön, dass da manchmal passieren kann. So. Okay, Mario ist auch gut auf den Fersen. Ah, wir haben leider keine Pilz-Kapsel oder so. Ich meine, klar, wir haben Ketten und Ketten und setze ich jetzt aber noch nicht ein. Oder obwohl, ich könnte ja einen, obwohl, ja, ja, guck mal, er hat Knochen. Der ist guter, guter Junge. Hm. Wohl, wir können ja Ketten und einsetzen. Ich meine, obwohl, ich muss ja einmal für die Zahl, ich muss ja einmal für meine selbst. Ähm. Aber wie viel kostet das? Das waren 15. Ich habe 64. Ah, ich warte mal noch eine Runde. Oh, zwei, okay. Aber ich sage einfach mal, ich warte mal noch eine Runde. In der Hoffnung, dass nichts passieren wird. Weil man muss ja auch noch was für einen Stern zählen. Ich weiß jetzt nicht, weil es hier die 40er-Regel, 30, 30 kann ich, oder, ne, 40 muss ich, ne. Weil, in letzter Zeit, ich bin ich ein bisschen viermal quasi durcheinander. Und da komme ich mit den Regeln immer ein bisschen durcheinander, ja. Okay, dann schauen wir mal. Unser Turm hier. Start. Ach, leck mich doch, ich hasse das, ne. Wieso, dieses Antäuschen, ne, das ist so blöd. Problem ist, wenn du springst, der braucht auch jetzt mal eine Zeit, bis er sie wieder eingefunden hat. Ich meine, er ist klar, mit Absicht gemacht. Oh, ja. Puh, gewinnt Tod. Ja, ich nicht so geil. Er hat gewonnen. Schade. Es geht auch immer, die Lava baden. Ei, ei, ei. Der Arme. Okay, jetzt hat Tod. Ist der schon, der ist doch schon über den Stern, der ist schon über den Stern hinaus. Okay, der ist auf jeden Fall über den Stern hinaus. Dann haben wir jetzt aber auch Münzen, wir können das gut. Was haben wir hier, wo der starb, da macht der? Nichts. Okay. Ah, 10 ist hoch. Ah, also ich jetzt noch Angst vorab, dass irgendwie sowas wie Kamek kommt. Okay, aber der hat auch wieder eine Rot erwischt. Ja, da habe ich noch mal Angst, dass sowas kommt. Weil Ketten und kriegst du nicht mal eben so. Okay, Mario ist auch schon einfach im Stern. Hatte deine 10 gehabt? Ich glaube, nee, da warte eine 8. Oh nein, jetzt ist was, nee, doch nicht. Okay, doch, jetzt ist was. Was ist denn? Oh, Hammer, Bruder. Okay. Gut. Dann setzt ihr jetzt auf jeden Fall Ketten und ein. Der ist nämlich zu riskant. Der Ketten und liebt. So, Kashi-Stadt, Stilmünzen oder blablabla. Okay, einsetzen. So, plus, minus, ach, minus 5 Minuten ist natürlich. So, jetzt kann es 40, 30, nicht 50, auch nicht. Also kann es nur 40 sein. So. Einmal Rosa Junior. Ähm, ich hätte, ach, 30 Münzen nur. Ist ja nix. Äh, Minimus, ey. Das ist ja fast nix hier. Und da kommt da. Und flups. So, Leute, damit haben wir den ersten Stern. Hier. Und das ist doch ganz gut. Wunderbar. So, jetzt noch vielleicht eine 10. Schade. Hätten wir etwas höheres sein müssen. Oh, jetzt hätte ich eine 9 oder so, aber, na, schade. Schade, schade. Aber so sind wir nicht mal normal. So, nächstes Spiel. 1 gegen 3. Kurvenkeile rein. Wie oft ich hier die Minispiele wohl wiederholen. Das ist unglaublich. Also, ja, nochmal. Ja, gut. Aber bedenkt, da kann ich vielleicht noch weniger Minispiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so an Majopathy 1 denke, oder so, da ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Minispiele wiederholen, oder? Hm, na ja. Obwohl, Majopathy 1 habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe, wie ich an meiner Kindheit nur gespielt habe. Ah, dagegen gekommen. Schade. Ähm. Hm. Und ja, sonst. Jo, nicht, ne? Mein Spiel oder gar nicht angekommen. Hätte jetzt aber auch angekommen, also. Ich kam da nicht rum. Tut mir leid, Leute. Ach, jetzt geht der noch mit Münzen. Na egal. Ach, Mario. Naja, das wurde nix. Äh, nochmal gegen gedodged. Ach, ja. Minibus hast du die. So, vorwärts. Aber natürlich, je höher, also je höher die Nummer war, bei Majopathy gibt es noch mehr Minispiele gab es, ja. Man hat ja auch mal damit geworben, man kann ja kurz, ich kann ja kurz hier, äh. Äh, vielleicht hört ihr gerade ein bisschen was. Äh, aus der Verpackung holen. Ähm. Ähm. Äh, ich habe da Majopathy 6 in der Hand. Was ich mir letztens gekauft habe. Äh, hier steht halt jetzt nicht, wie viel Minispiele, es gibt gar nur kurz hier die Verpackung aufmachen, hier gibt es auch noch ein deutsches Booklet bei, wo es gebraucht ist, das finde ich sehr geil. Das ist ja gerne mal weg, das Booklet. So, äh, Minispiele, ja gut. Okay, hier steht, glaube ich, jetzt nicht so viel. Ähm, ja, wie viel Minispiele es gibt, steht jetzt hier nicht ungefähr, ich kann ja mal kurz zählen. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 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 über 60. Dann gibt es ja noch Duell-Mini-Spiele. Na, die DK-Mini-Spiele. Seltene Minispiele. Interessant. Ich finde diese Booklets total cool von Gamecube. Auch, weil hier steht so viel drin. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel so ein Wii U Booklet anschaut, dann ist es nur noch so ein auffällbares Ding. Und mehr ist das nicht mehr. Äh, ja. Ich kriege Schale. Aber ich meine, dann lässt sich das heutzutage auch noch durch. Ich meine, heute steht alles im Internet und Steuerung ist so oder so klar. Ich meine, ihr habt noch mal so schön erzählt mit einer Story hier am Anfang, die Geschichte, dann die Steuerung kommt, dann so ein bisschen wie das Ganze abläuft. Ja, schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Klassische Spiele spielen wir jetzt. Was haben wir denn schon? Elf Minuten? Ist das richtig? Ja, ist das richtig? Okay. So. Äh, und das da. Das war das lustige Milchspiel. Komm's hoch. Ja, so hoch wollt ihr jetzt auch noch nicht. Äh, nicht so hoch. Geh runter. Oh, ich hasse das. Takut, ich hab mal. Ich komm hier mal runter. Dann geht doch. Ja, ist so doof, wenn du einmal oben bist, ne? Oh, ich wollte ein bisschen geschubst. Komm zurück. Ah, halt nicht. Ah, super. Ja gut, 15 Münzen reißt. Da stehen hier noch so schön so ein Buckle drin. Mini-Mikro. Ganz zum Schluss das Mikro. Ah ja, bei Mayopathy 6. So, hier ist sogar ein Bild von einer Frau, wie sie das Bild hat. Äh, ein Bild, genau. Mikro in der Hand hält. Das sieht echt lustig aus. Das ist nur auf das Spiel. Äh, Mayopathy 6. Wird hier im Grundatum. Ja, 2004 bis 2005 Nintendo. Hudson Soft. Ja, so alter sind schon wieder. Mensch. 2004 bis 2005. Nicht schlecht. Ja, dann stehen noch so schöne Sachen drin. Die ganzen Spielbretter werden ein bisschen erklärt. Dann noch die ganzen Kapseln. War echt ein bisschen schade. Was ich heutzutage nur noch so, 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 so. Ja, einfache Booklets. Gibt noch nicht mal Booklets, also Bücher, Handbücher. Sondern, halt, ne? Ähm, mm, mm. Ne? Hier Bücher halt, ne? Und nur diese faltbaren, auffaltbaren Dinger. Mal gucken. So, ich will hier mal kurz noch ein Spiel raus. Ich hab die hier in so einer Box. So, meine Spiele. So, ich halte grad. Ähm. Weißt du mal, noch ein gutes Buch hier. Mit der Form noch, oder? Oh doch. Ich halte hier grad auch wieder, äh, ein Spiel in der Hand. Ähm. Wenn ihr's wissen wollt, das wird hier der Nachfolger werden. Nach diesem Let's Play. Welches Spiel werdet ihr sehen? Ähm. 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 Okay. Hier bist du auch so ein bisschen erklärt. Das Spiel ist ein kleineres Buchlet, aber ist auch ein bisschen kleineres Spiel. Muss man auch nicht so viel erklären. Ihr werdet sehen, was das für ein schönes Spiel sein wird, nach diesem Spiel hier. Da freue ich mich schon richtig drauf, dieses Let's Playen. Und, ja. Werden wir sehen. Das wird ja dann nochmal als... Das ist ja ein Nebenprojekt hier, das Ganze. Ähm. Mario Party 5 hier. Kommt zwar trotzdem jeden Tag. Und Hauptprojekt ist ja zur Zeit Mario Kart 3 noch. Aber das wird ja abgelöst durch Mario Kart 8. Und das Nebenprojekt hatte ich grad in der Hand. Und ich hoffe, ihr werdet auch viel Spaß haben. Haben wir jetzt schon 15 Minuten? Ich glaube, ja, ne? 14, 19. Okay, Leute. Ähm. Ich seh grad auf der Uhr. Wir haben, äh, ja. Die Zeit geschafft. Na, geschafft nicht. Es ist schon wieder so spät. Man saß so schön. Wer hat an der Uhr gedreht? Und damit, wie ich vorstellen möchte, was ist hier von diesem Part von Let's Weplay Mario Party 5. Party muss German. Von mir, Nenjoshi Tendo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sei schau. Nenjoshi Tendo.